Goldlöckchen Es war einmal eine dreiköpfige Bärenfamilie, die im Wald lebte. Es gab einen Papa-Bär, einen Mama-Bär und einen kleinen Baby-Bär. Eines Tages, nachdem die Bärenfamilie einen leckeren Haferbrei zu Mittag gekocht hatte, entschieden sie sich, vor dem Essen einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Während die drei Bären unterwegs waren, stoß ein kleines Mädchen namens Goldlöckchen, welches im Wald herumlief, auf das Haus der Bärenfamilie. Es war bereits Mittagszeit und aus dem Haus kam ein verlockender Duft. Es schadet bestimmt nicht, wenn ich mal einen kurzen Blick ins Haus hineinwerfe, sagte das Mädchen zu sich selbst. Sie lief zur Tür und fand heraus, dass diese unverschlossen war. Hallo? rief sie ins Haus hinein. Als sie keine Antwort bekam, betrat sie einfach so das Haus. Als sie das Haus betrat, fand sie den Grund für den lieblichen Geruch. Auf dem Küchentisch befanden sich drei Schüsseln voll mit Haferbrei. Goldlöckchens Magen knurrte. Ich genehmige mir ein bisschen von dem Haferbrei. Es ist ja gerade keiner da. Sie probierte ein Löffelchen Haferbrei von der ersten Schüssel. Aua! Der Brei ist viel zu heiß! Daraufhin probierte sie etwas aus dem zweiten Schüsselchen. Ihhh! Der Brei ist ja viel zu kalt! Schließlich probierte sie ein Löffelchen aus der letzten und kleinsten Schüssel. Oh! Dieser Brei ist genau richtig! Goldlöckchen hatte großen Hunger und der Haferbrei schmeckte so gut, sodass sie ohne es zu bemerken, die ganze Schüssel leer aß. Nachdem sie mit dem Essen fertig war, wurde Goldlöckchen ein wenig müde und wollte sich hinsetzen, um sich ein bisschen auszuruhen. Im Wohnzimmer fand sie drei Stühle. Ich setze mich kurz hin. Es ist ja gerade keiner da, dachte sich Goldlöckchen. Sie probierte den ersten, größten Stuhl. Der Stuhl ist viel zu hoch! Dann setzte sie sich auf einen zweiten Stuhl. Auch dieser Stuhl ist viel zu hoch! Schließlich probierte sie den dritten, aber auch kleinsten Stuhl aus. Dieser Stuhl ist genau richtig! Jedoch brach ein Bein vom Stuhl ab, nachdem Goldlöckchen für ein paar Sekunden darauf saß. Oh! Jetzt muss ich mir einen anderen Platz zum Ausruhen suchen! Goldlöckchen streifte durchs Haus. Bis sie das Schlafzimmer fand, in welchen drei Betten standen. Sie sprang auf das erste Bett. Das Bett ist viel zu hart! Dann probierte sie das zweite Bett. Das Bett ist viel zu weich! Zu guter Letzt versuchte sie das dritte Bett. Oh! Dieses Bett ist genau richtig! Das Bett war so bequem, sodass Goldlöckchen gleich darauf einschlief. Nicht lange danach kam die Bärenfamilie von ihrem Spaziergang zurück. Sie waren ziemlich überrascht, als die Tür offen stand. Das ist aber merkwürdig! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tür zu war, als wir losgegangen sind, sagte Papa Bär. Die Bären betraten ihr Haus zuerst durch die Küche. Ach! Jemand hat von meinem Brei gegessen, brummte Papa Bär. Meine Güte! Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen, sagte Mama Bär. Der kleine Bär hingegen weinte. Auch aus meiner Schüssel wurde gegessen. Sie ist jetzt ganz leer! Ein kleines bisschen bestürzt, schauten die Bären im Wohnzimmer nach. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, sagte Papa Bär. Auf meinem Stuhl hat auch jemand gesessen, stieß die Mutter hervor. Auf meinem Stuhl hat auch jemand gesessen und ihn kaputt gemacht, schrie der kleine Bär, welcher jetzt wirklich sauer war. Die drei sahen auch im Rest des Hauses nach, bis sie schließlich ins Schlafzimmer fanden. Hm, jemand hat in meinem Bett geschlafen, sagte Papa Bär. Ach, in meinem Bett auch, sagte Mama Bär. Auch in meinem Bett hat jemand geschlafen und schläft da immer noch, rief Baby Bär. Die Stimme von dem kleinen Bär weckte Goldlöckchen. Sie öffnete ihre Augen und sah drei ziemlich verärgerte Bären, woraufhin sie laut aufschrie, Aaaaaah! Sie sprang aus dem Bett und rannte aus dem Haus in den Wald hinein. Sie kehrte nie wieder zu dem Haus der drei Bären zurück. Das Ende Sie sprang aus dem Bett und rannte aus dem Bett und rannte aus dem Bett und rannte aus dem Bett. Ashley 1 4 Vielen Dank.